Hallo und willkommen zu einem weiteren Demospiel, nämlich Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Ich bin der Yannick und werde die Demo jetzt für euch ausprobieren. Und los geht's. Los geht's, habe ich gedacht. Viel Spaß. Warnung, unautorisierter Zugriff auf den Teleporter. Womöglich brauchen wir Hilfe. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday, Sicherheitsverstoß der Stufe rot im Wachtturm. Sieht gut aus. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday, 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 an alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Nachtisch? Mayday, Mayday, an alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Nein, danke, die Rechnung bitte. Nie gibt's eine Pause für uns. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday, nix. Oh Mann, das sind aber viele böse Jungs. Wir haben einen Sicherheitsverstoß maskierter Rettung. Sag einfach Batman, ist kürzer. Wir kommen sofort. Laut Sicherheitsprotokoll soll ich den Teleporter ausschalten, damit sie nicht entkommen. Ja, ich weiß. Wir kommen auf einem anderen Weg. So, jetzt geht's los mit Lego Batman. Mal gucken, was uns hier uns erwartet. Vorne die Rakete haben wir keine Chance, die anderen zu retten. Schnell mal umziehen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Oh, nicht schon wieder. Jetzt habe ich es geschafft. Kann ich mich wieder als normaler Bett nur verkleiden? Es muss doch einen Weg geben, das Glas loszunehmen. Bringt es nicht Pech, wenn man Glas zerbricht? Nein, nur bei Spiegeln. Spiegel sind doch auch aus Glas. Let's power, Batman. Hier geht es ja nur um zu umziehen. Schon wieder. Hier geht es ja. Hier geht es ja. So, Viereck. Ich bin noch nicht so ganz vertraut mit den Lego-Spielen, weil ich spiele die fast nie. Aber hier habe ich mir mal gedacht. Mach ich mal. So für zwischendurch zum Jahresabschluss. So, und jetzt? Hm. Und... Oh, Da ist der Power Anzug Okay wieder robben ja ja ist ja gut hat wenn wir das auch geschafft bis in bob der baumeister gespielt so ist jetzt sie darunter ok so batman sonaranzug kann bestimmte blaue lego gegenste schmetter ok hier hier wird das glas zerstören aber ich habe das glas gerade erst poliert so robben hier 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 Das war's für heute. Uh-huh. Wee. Oh, eine Bettbrücke. 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 Fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Spitze befestigen. Aber wie sollen wir denn da oben hinkommen? Ich kann es mit dem Jetpack versuchen. Mein Raumanzug sollte hier irgendwo sein. Ich kann es mit dem Feuer in Tarn und Zub. Ich habe ein Jetpack. Ich bin kaputt. die kaputt oder so wieder alles einsammeln ja 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 Man kann so eine Bad-Hülle kompliziert sein. So, jetzt läuft ich. So, jetzt läuft ich. Das war's für heute. Das war hier nochmal den Power-Einzug. Das war's für heute. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Aber kann das Let's Play ein bisschen noch dauern. Nochmal aufladen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Entschuldigung, Freunde, dass ich kurz Pause gedrückt habe, wollte ich nicht. Oh, schon wieder falscher Knopf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Hm. Das war's für heute. Das war's für heute. Habe ich vielleicht was übersehen? Das war's für heute. 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 Ich komm' hier so nicht weiter. Wenn ihr die Lösung schon gesehen hättet, schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.